So, wir beide, meine Frau und Moa, hier der Opa, wir fahren jetzt nach Schalke und wir sehen euch in der Arena. Und wie du sehen kannst, richtiger Hamburger Ski-Better. Egal, ich fahre jetzt los. Bis dann. Dammer Berge, Pause machen, sprich mein Auto muss laden. Hallo. Bist du einmal Schalker, korrst du lieber los? Aber wie gesagt, die Kugel ist aus, da hat er halt, ich kann nicht so ohne Weislagen, die Kacken, aber mal machen. Wir sind Schalke, Schalke und wir, kein Eisgeiler hier im Revier. Wir sind Schalke, Schalke und wir, keiner ist geiler als Schalke und wir. Wir sind Schalke, Schalke und wir, keiner ist geiler als Schalke und wir. Wir sind Schalke, Schalke und wir, keiner ist geiler als Schalke und wir. Keiner ist geiler als Schalke und wir. Und habt ihr gesehen da hinten? Alte Kürt, Alte Kürt ist wieder Skitreeter. Mein lieblich Skitreeter. Die könnten schon wieder so, aber vielleicht ist der ja heute der Rot unserer Seite vielleicht gut drauf. Alte Kürt, da läuft er. Und hier ist sie, die Mannschaftsaufstattung des ganzen Klubs von der ganzen Welt des FC Schalke. Also die letzten Wochen, die Nummer 1, Pral. Die Nummer 3, Leo. Mitte Nummer 4, Maja. Mitte 6, Tom. Hier ist die Nummer 10 von der Vorgang Robigo! Die Nummer 11, Robbius! Er spielt in der 24 zu Elisa, Dominik! Die 26, Michael! Und die 27, Stenrik! Und die Nummer 30 ist dabei, Alex! Noch eher natürlich, die 43, Willi! Und der Cheftrainer Tom Haas! Danke! Bitte! Auf! 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 Jetzt haben wir Halbzeit! 0-0! Nichts mit Leverkusen-Putzung weg! Das kriegen wir genau sehen! Von daher! Das! Tschüss! 1-0 für Leverkusen! Also 0-1 von unserer Sicht! Unschön! Sehr unschön! Da haben wir noch genug Zeit! Von daher, noch gespannt! Das ist so ein Kack! 0-2! Zweite Tor für Leverkusen! Mahmahmahm! Irgendwie die ganz komische Stimmung! Im Südblock ist ein verletzter! Wahrscheinlich! Härteball! Und von daher irgendwie der Schluss des Spiels! Das ist ganz komisch gewesen! Naja! Wir haben verloren! Und so ist das! Und so ist die Stimmung auch da oben! Von daher! Jetzt frei wieder Halbzeit! Tschö! Ent роль! Verdef pueda sein! G� kapell! Es geht um, jetzt weiß ich das! Out! Ihr verletzt einen hill single! Und da ist das ein? Vielen Dank.